Hallo, ich bin der dunkle Ritter der Nacht. Ich schieße auf den Mond, weil ich es kann. Anscheinend gibt es hier zwei Missionen für mich. Eine gute und eine böse. Da wir ja gut spielen. Böse spiele ich dann später nochmal, wenn ich... Böse ist wahrscheinlich viel einfacher wieder, wie bei den ersten beiden Teilen, weil man einfach alles in Schuld und Asche legt und ich versuche Leute zu retten oder so aus dem Scheiß. Hallo, wir wollen erst mal wieder sprayen. Denn wer nicht sprayt, verliert. Das wollte ich nicht. Aber das passiert, wenn man Scheißkram irgendwie komisch halten muss. Das passiert dann. Oh! Miau! Katze! Miau! Oh! Oh! So einen, die die Musiker ziehen. Musiker zieh! Oh! Mit Fischen! So! so... Es ist sehr dunkel, man kann das schlecht erkennen, die Leute. Das war ja nicht. Das ist viel zu dunkel für diese Mission. Na, du vielleicht. Du vielleicht. Das ist... Du... Nimm das. Echt. Läufst einfach von mir weg. Das war nicht erlaubt, dass er von mir wegläuft. So, guten Tag. Das war nicht erlaubt. Ja, das ist gut. Ich bin hier in der Marien. Okay, auf ein paar Böden aus der Marien. Das ist alles, was ich brauche? Es ist ein großer Schiff, also es wird wahrscheinlich ein Böden sein. Und diese Gruppe benutzt ein Dolphin, das eine Art der Mark, also ich schaue für etwas auf einem Böden mit einem Dolphin. Aber nicht warten für mich. Du wirst niemals wissen, wenn sie aufgeliehen werden. Also, was hast du auf? Girls-Stuff. Eww, was für ein Kind of Girls-Stuff? Ich habe ein bisschen sehr schweres Hurt auf den Struck. Fetch, ich bin auf den Docks. Und ich bin hier auf dem Roof. Was, du kannst nicht ein paar Minuten warten? Da, hier wird viel geballert. Ich muss hier weg. Vielleicht sollten wir das ein bisschen anders angehen. Ich bin sicher, dass ich hier bin, aber ich glaube, ich habe ein paar Böden mit Dolphins gesehen. Ich bin sicher, dass ich hier bin. Ich bin sicher, dass ich hier bin. Ich bin bigger, firem ich bin sicher, dass ich hier teorisch bist. So, ja, hol dich mal. Da. Rot. Dagi. I told you I got your ass covered like a parasite. Yeah, thanks, got it. Hello. I'm alive. I'm alive. There's some punk skin over there. Oh. 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 Wait, I heard something. Don't worry. Hallo. Ihr wurdet gelasert. Hallo. Oh, Metro. Hallo. Wunderbar. Haben wir auch das erledigt? Oh-oh. Sieht, wir haben ein Hornetsnest hier in der Warehouse geöffnet. Komm! Das ist alles. Das ist alles. Wenn wir hier sind, sind wir auf das Drei Handlung. Wunderbar. Ah, da ist die Sauce. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Guten Tag. Ich hab hier den Supermove für euch. Und radadadadadadadam. Das ist alles. 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 Wie unauffällig das ist, wenn man hier so mit der... Ja. 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 Es gibt jemanden in der Truck. Drogen sind böse und Prostituierte sind auch böse. Drogen sind auf der Straße. Und sie sind weg. Ja. 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 Ja.